Doch deine Position bei Allah als Mutter und als Ehefrau ist gewaltiger als von... Assalamu alaikum, liebe Schwester. Ja, heute spreche ich ganz speziell dich an und ganz besonders, liebe Mutter. Du weißt, dass der Monat Ramadan etwas ist, was ganz besondere Vorzüge hat. Du weißt, dass dieser Monat so viele Ahadith kennt und so viele Ayat, die ihn, also den Monat Ramadan und seine Vorteile beschreibt. Und du kennst die ganzen tollen Dinge, die man im Monat Ramadan machen kann. Und jetzt fängt dein Kind an zu schreien. Und jetzt hast du eventuell gerade deine Periode. Und jetzt bist du eventuell gerade nicht in der Lage, irgendwie den Koran zu lesen. Bist du vielleicht nicht in der Lage, dich aufrichtig ganz, ganz stark um die Religion zu kümmern. Ganz einfach, weil du hast deine Verpflichtungen. Du hast nun mal bestimmte Verpflichtungen. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen. Aber bei Frauen ist es so, dass sie ihre Zeiten nicht so gut regulieren können wie Männer. Deswegen erwähne ich das sehr häufig, dass wir natürlich unsere Zeiten im Monat Ramadan priorisieren sollen, einteilen sollen und natürlich so gut es geht nutzen sollen. Aber gleichzeitig, und das liegt mir wirklich am Herzen, das zu erwähnen, sollten wir nicht zu viel Druck auf uns selbst lasten lassen. Es kommt häufig vor, dass Schwestern vor allem sich gegenseitig wieder mal mit anderen vergleichen. Die drei Probleme des Vergleichens sind in drei Kategorien aufgeteilt. Erstens, das Vergleichen mit dir selbst, wie du letztes Jahr gewesen bist oder vor drei Jahren. Zweitens, das Vergleichen mit einer anderen Person. Und drittens, das Vergleichen mit dem Ziel, wo du gerne hinkommen möchtest. Das Letztere könntest du vielleicht als Abgleich und nicht als Vergleich nennen, aber es passt in diese drei Kategorien. Also, gehen wir mal auf den ersten Punkt ein, der dir zu viel Druck macht. Punkt Nummer eins ist, du vergleichst dich mit deiner selbst vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor drei Jahren und du sagst, Boah, Subhanallah, damals bin ich viel stärker gewesen im Glauben, da habe ich viel mehr geschafft, ich habe den Koran dreimal im ganzen Ramadan gelesen und jetzt schaffe ich gar nichts mehr. Liebe Schwester, vor allem liebe Mutter, schau einmal, dass deine Situation, in der du dich jetzt befindest, eine ganz andere ist als die, die du vor fünf Jahren hattest. Dort hattest du vielleicht noch keine oder weniger Kinder, dort hattest du vielleicht noch keinen Ehemann, dort hattest du nur dich und deine Schule oder nur dich und dein Studium. Es war vielleicht alles einfacher für dich. Oder du befindest dich in der Situation, wo du jetzt das erste Kind bekommen hast und vorher hattest du gar kein Kind. Das zweite Kind, vorher hattest du nur ein Kind. Natürlich ist es einfacher gewesen, als du noch viel mehr Freizeit hattest. Und ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du bereuen solltest, die Zeit nicht genutzt zu haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wenn der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und du siehst, wie die Menschen in Scharen der Religion beitreten, was machst du dann? Dann lobpreist du deinen Ehren und du bittest um Vergebung. Warum bittest du um Vergebung? Weil jetzt kommen sowieso alle zum Islam. Alle treten dem Islam bei. Und jetzt bist du genauso wie alle anderen. Vorher war es vielleicht so, du hattest noch viel Zeit, du hattest ganz viele Möglichkeiten und du hast sie nicht so gut genutzt. Und jetzt bist du in einem Zeitpunkt, wo du keine Zeit mehr hast. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo andere dich überholen. Von rechts, von links überholen, weil sie vielleicht keine Kinder haben, weil sie vielleicht keinen Ehemann haben und so weiter. Aber sie überholen dich lediglich, augenscheinlich. Doch deine Position bei Allah subhanahu wa ta'ala als Mutter und als Ehefrau ist gewaltiger als von einer Studentin, die nichts zu tun hat und den Koran liest. Ja, eine Mutter, über die der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, dass sie dreimal mehr Anrecht hat und dann kommt der Vater. Die Mutter, über die so viel Gutes gesagt wird, die wenn sie eine Ehefrau ist, die im Wohlgefallen ihres Mannes war, dafür das Paradies bekommt. Subhanallah, du kannst das Paradies bekommen, indem du eine gute Mutter bist. Du kannst das Paradies bekommen, indem du eine gute Ehefrau bist. Du kannst diese Stufe erreichen, das Paradies, ohne den Koran auswendig zu können. Jetzt sind wir zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite solltest du natürlich dich bemühen, den Koran auswendig zu lernen. Auf der anderen Seite hast du aber auch deine Verpflichtungen und diese Verpflichtungen können dich ins Paradies bringen. Das darf man nicht vergessen. Viele Schwestern vergessen, dass das Kochen zum Ramadan eine Ayberda ist für die Familie. Du versorgst deine Familie, das ist etwas Großartiges. Aber auch hier gibt es wieder Übertreibungen. Einige, die fangen dann an, Weinblätter zu rollen bis zum Gehtnichtmehr, 10 Stunden am Tag. Das ist nicht die Aufgabe im Ramadan. Die Aufgabe ist es, deine Zeit sinnvoll zu nutzen. Bedeutet, du machst ein Essen, was deine Familie zufrieden stellt, solltest dich aber auch darum bemühen, deine Familie mit weniger zufriedenstellen zu können. Das heißt, sich schon mal darauf einzustellen, dass es im Ramadan gutes und leckeres Essen gibt, aber nicht so extrem aufwendiges Essen. Nudeln, wenn man sie schön dekoriert, können auch gut sein. Nicht jeden Tag, klar. Aber es muss eben so ein gewisses Mittelmaß geben. Du suchst dir eine Möglichkeit heraus, dir selber freie Zeit zu schaffen. Machst dir aber nicht zu viel Druck. Also vergleich dich nicht mit dir selbst, als du damals viel mehr Zeit hattest. Ja, es ist ärgerlich. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt dir in dem Hadith, nutze fünf, bevor fünf gehen. Und einer davon ist deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Und eben deine Zeit, bevor du keine Zeit mehr hast. Und dein Leben, bevor du gestorben bist. Das heißt, nutze diese Dinge, die du jetzt gerade hast. Aber sei nicht so, dass du jetzt die Mühlen von damals neu drehst. Das, was damals gewesen ist, ist vergangen. Du hattest mehr Zeit, du hast sie nicht genutzt. Rene, sallallahu alaihi wa sallam. Du versuchst jetzt das, was du hast, so gut es geht zu benutzen. Und nicht zu trauern. Ja, vergleich dich nicht zu sehr mit dir selbst, als du mal mehr Zeit hattest. Aber, wenn deine Situation eins zu eins dieselbe ist wie damals, dann sollte das ein Ansporn für dich sein. Beispielsweise bist du Studentin letztes Jahr gewesen. Und du bist jetzt auch Studentin, hast keine Mann und keine Kinder. Und auch keine weiteren Verpflichtungen, wie zum Beispiel dein Ehrenamt in irgendeiner Arbeit oder so. Dann solltest du gucken, oh krass, woran liegt es, dass ich letztes Jahr so viel besser war als dieses Jahr. Dann ja. Aber setz dir auch dann nicht zu viel Druck. Also wir merken, wieder dieses typische Beispiel von zwei Extremen. Der eine übertreibt und macht sich zu viel Druck. Die anderen untertreiben und sind zu faul, wie wir vielleicht damals gewesen sind. Und wir befinden uns wo in der Mitte? Wir sollten in der Mitte sein. Ja, hohe Ziele setzen und nicht faul sein, aber auch nicht übertreiben in beide Richtungen. Also Punkt Nummer eins. Vergleich dich nicht mit dir selbst von damals. Punkt Nummer zwei. Vergleiche dich nicht mit anderen. Mein Lieblingsthema, das Webinar dazu. Kennst du mit Sicherheit schon. Vergleich dich nicht mit anderen. Wenn nicht, guck es dir gerne an. Gib Muslim Mindset Live Coaching ein. Bei Google wirst du es auf jeden Fall sofort finden. Also vergleich dich nicht mit anderen. Bedeutet, gucke nicht, was die Schwester A, B, C gemacht hat. Oh, die hat es geschafft jetzt im Ramadan immer tolles Essen zu machen. Sie lernt auch noch Koran. Dann ist sie auch noch bei den Unterrichten von Islamitutors dabei. Und dann kann sie jetzt auch noch Arabisch lesen und schreiben und so weiter. Und ich, ich habe gar nichts geschafft diesen Monat. Ich bin viel schlechter. Mach das nicht. Du kennst nicht ihre komplette Situation. Du weißt nicht alles über sie. Du weißt nicht, was sie alles für Schwierigkeiten hat. Du weißt nicht, wie es ihr finanziell geht. Wir sehen immer nur einen kurzen Aspekt, aber wir sehen nicht das Ganze. Mein Lieblingsthema. Ich habe da schon oft drüber geredet. Und der dritte Punkt. Gleiche deine bisherigen Fortschritte nicht zu sehr mit den hochgesetzten Zielen ab, die du die ganze Zeit hast. Ja, auf der einen Seite sage ich genau das Gegenteil. Und zwar, was Omar Radilohan gesagt hat. Rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Also guck jeden Tag, bist du an deinem Säule? Hast du das geschafft, was du schaffen sollst und so weiter? Das ist richtig. Genau das sollst du auch machen. Aber auch hier wieder nicht übertreiben. Wenn du merkst, hey, das schaffe ich einfach überhaupt nicht, dann setz die Ziele runter und bereue es nicht. Sag, okay, kein Problem. Ich schaffe vielleicht die 99 Namen diesen Monat Ramadan nicht. Dann lenne ich 66 Namen und 33 einfach später einen Monat danach. Gar kein Problem. Setz die Ziele ruhig mal ein bisschen runter, wenn du merkst, der Druck ist zu krass. Also, wo ich doch sonst immer einer bin, der hohe Ziele fordert, bin ich manchmal auch jemand, der merkt, dass Leute sich überfordern. Ja, es gibt Leute bei dem Rat des Lebens, das man zeichnen soll, die zeichnen dieses Bild einfach nicht, weil sie sagen, Tarih, ich habe keinen Zirkel gefunden. Ja, subhanallah, dann mal halt ein Kreis, der nicht perfekt rund ist. Das ist nicht das Problem. Setz einfach um. Komm in die Umsetzung. Lass dich nicht irgendwie beirren, dass du perfekt sein musst und so weiter. Ja, wir streben nach Ihsan, wir streben nach dieser Perfektion, aber es muss nicht heißen, dass wir dauerhaft perfekt sind. Ja, und das muss auch nicht jetzt im Monat Ramadan dein Ziel sein. Wenn du es schaffst, regelmäßig zu fasten, deine Pflichtfasten einzuhalten, wenn du es schaffst, deine Pflichtgebete einzuhalten, wenn du es schaffst, als Mutter für die Kinder da zu sein, wenn du es schaffst, als Ehefrau für den Mann da zu sein, Alhamdulillah, das ist viel. Und alles darüber ist gut und wir freuen uns darüber. Und das Ziel sollte Jannatul Firdaus Al-Ala sein. Die höchste Stufe des Paradieses. Aber nicht so viel Druck. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich dir den Druck ein bisschen rausnehmen konnte, ohne deine Motivation wegzunehmen. Das ist eine Schwierigkeit gewesen, die ich mir vor diesem Video als Ziel gesetzt habe. Und ich hoffe, dass es geklappt hat. Möge Allah den Fasten annehmen. Salam.